Äh, schauen wir das nächste an, das ist der schwarze Hoodie. Ah, der ist aber ganz schön groß, der Hoodie. Servus Leute, was geht ab? Maximilian am Schatten. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, es ist unfassbar, aber wahr, die Maximilian-Army zerreißt komplett. Meine dritte Kollektion geht ja erst am Sonntag online, da wird alles released. Bis dato weiß ja niemand, wie das Ganze eigentlich aussieht. Seit drei Tagen oder vier Tagen läuft ja mittlerweile schon das Blind-Shopping. Meine Homepage ist ja komplett zensiert. Auf Maximilian.eu kommt man ja nur mit einem Passwort rein, das habe ich euch schon verraten. ARMY333. Hier kann man zwar auf die Homepage, aber man sieht die Produkte nicht. Das ist alles zensiert, keine Ahnung, was hier bestellt wird. Ist das männlich, ist das weiblich? Okay, das steht schon dabei. Aber ist das schwarz, ist das weiß? Okay, das steht auch dabei. Aber ist das grün, ist das rot? Es ist nicht grün, es ist nicht rot. Aber wie zieht das Ganze aus? Das ist natürlich geheimt, ja. Selbst wenn man mit einem Coco-Gadget-Laser auf die Augen versucht, das Ganze irgendwie zu röntgen, nein, man sieht es auch noch nicht, man muss mit... Das hält die Maximilian-Army aber einfach nicht auf. Wir kommen schon zu dem Punkt, warum ich verkackt habe, unabhängig davon, dass es heute noch was Besonderes zu sehen geht, also bleibt auf alle Fälle dran. Unabhängig davon... Ja, was soll ich sagen, ich habe verkackt. Ich habe einfach verkackt, liebe Freunde, in zweierlei Punkten. Punkt Nummer eins, es sollte alles geheim bleiben, aber auf Instagram geht einfach ein Foto von dem weißen Modell meines Merchs herum. Nein! Das wird herumgeschickt, das heißt teilweise wurde der Merch schon geleakt, nicht, manche wissen schon ungefähr, wie das Ganze aussieht, das ist natürlich Kacke. Das ist Punkt Nummer eins, warum ich verkackt habe. Punkt Nummer zwei... Freunde, mir fehlen die Worte. Also ich hätte nicht damit gerechnet, wie unfassbar stark die Maximilian-Army ist. In diesen drei Tagen oder vier Tagen ist einfach über ein Drittel, fast die Hälfte ausverkauft, liebe Freunde, ohne dass die überhaupt wissen, wie das Ganze aussieht. Also wer das schon gemacht hat, Props von mir, das ist die Maximilian-Army, die vertrauen auf meine Design-Künste, allerdings für all jene, die sich nicht getraut haben, wird es ziemlich knapp am Sonntag, ja. Also dadurch, dass fast die Hälfte weg ist, kann das sehr schnell ausverkauft sein. Wenn das Ganze so rasant weitergeht, werde ich die Homepage morgen sperren lassen, weil sonst ist einfach nichts mehr da und es war noch nicht mein Job, ja. Alles weg, bevor überhaupt jemand weiß, was gekauft wurde. Das richtig, richtig hart, liebe Freunde, wenn ihr schneller was kaufen wollt, verständlicherweise, dann einfach bei komedian.eu, Code ARMY333. Auf dem heutigen Plan steht aber noch was ganz Besonderes. Wir haben wie immer einen absoluten Special Guest eingeladen, der keine Kosten, Mühen und Zeit gescheut hat, um heute hier am Start zu sein. Es ist natürlich, wisst ihr Bescheid, meine absolute Lieblings-Oma, Linzi-Oma. Ja, lass dir Zeit, Oma. Kein Problem, kein Problem, Leute warten nicht. Ja, du kannst schon kommen, Oma, kannst schon kommen. Und nochmal die Linzi-Oma. Schön, dass du da bist. Nimm dir einen Sessel, setz dich her zu mir. Du freust dich, oder? Wieder einmal hier zu sein. Wink einmal. Hallo, meine Lieben. Die berühmteste Oma. Endlich bin ich wieder bei euch. Es hat sehr lange gedauert. Was war das letzte Video, kannst du dich noch erinnern? Nein, das habe ich schon vergessen. Macht nichts so weit, das ist bei den Leuten nichts Neues, ne? Ja, ich bin ja nicht vorbereitet. Ich bin einfach so gekommen. Schön, und wirst schon eingespannt zum Arbeiten, ne? Ja, immer ist was los bei dir. Vor allem, wenn man mein Badezimmer überschwemmt, gell? Ja, leider, das war auch heute. Aber du hast ja schnell geputzt. Ja, Gott sei Dank gibt es jemanden, der schnell schaltet. Aber Oma, du bist auch hier zum Arbeiten da, gell? Ja. Ich habe da nämlich was vorbereitet. Du bist die erste Person, die die dritte Kollektion beliebäugeln kann. Das freut mich aber. Ja, ich freu mich auch. Das freut mich aber. Vor allem, die Leute werden an deiner Reaktion verfolgen, ob sie sich da jetzt einen Scheiß gekauft haben, oder ob das Ganze so lieb ist, wie ich es versprochen habe. Ich habe die Ehre. Gut Oma, pass auf. Wir werden zuerst einmal eine Barrikade aufbauen. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Nummer eins und Nummer zwei. Siehst du da überhaupt noch drüber? Sieht man dich jetzt? Oh nein. Okay, okay. Es geht. Oma, das Erste, was wir uns ansehen, ist zu deiner Rechtheit in diesem Korb drinnen, am Boden. Mhm. Das ist das weiße Shirt der dritten Kollektion. Ja, richtig. Deswegen diese Barrikade, was? Die dürfen das eben noch nicht sehen. Ein bisschen neugierig, muss man schon machen. Ich bin halt so. Ja, ich schaue es einmal an. Wow. Wahnsinn. Also was schaust du dir da gerade an? Die Rückseite, gell? Ja. Das habe ich aber noch nie gesehen. Das Schöne ist, das reflektiert in der Nacht. Schau mal. Wenn ich da jetzt... Wow. Wenn ich da jetzt ein Foto mache, zum Beispiel mit Blitz. Ja, also meine lieben Freunde, das müsst ihr einmal sehen. Wahnsinn. Und jetzt schau. So leuchtet das dann, gell? Sehr schön. Also gefällt dir schon mal? Ja, das ist schön. Da haben wir so einen Stück, wir haben mehrere Stücke, aber da haben wir einen Stück. Schaut auch ganz nett aus, gell? Und die Qualität ist ja so ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Was gefällt dir am besten? Vorne und rückwärts. Vorne und rückwärts. Na ja, viel mehr Seiten gibt es ja nicht, gell? Ich darf ja nichts verraten. Gut, Oma. Dann schauen wir das nächste an. Das ist der schwarze Hoodie. Der ist aber ganz schön groß, der Hoodie. Der Hoodie ist ganz schön groß erst. Schwer ist er auch, gell? Schwer. Weil viel Stoff dran ist. Da haben wir das Logo, gell? Also ich muss euch sagen, ich darf ja nichts sagen. Aber das würde ich mir sofort kaufen. Oma, als hätte ich dich vorher instruiert, dass du diese Dinge sagst. Sehr schön. Also du bist das perfekte Werbegesicht für meine Marke. Ich muss nicht einmal Anweisungen geben. So toll. Sehr schön, gell? Ja. Dann haben wir hier auch noch Reflektoren überall. In der Nacht ist man sehr gut sichtbar. Man wird gesehen. Man wird gesehen. Sehen und gesehen werden. Ja, das ist mit dieser Kollektion auf alle Fälle möglich. Und wie ist der Preis? Darf man das? Na natürlich, der Preis, der Hoodie liegt bei 64,90 und der Shirt bei 34,90. Das heißt, billiger als bei den letzten Kollektionen. Wow! Ausgezeichnet. Ich finde es gut. Du kriegst natürlich auch was. Danke. Man hat schon ein bisschen was gesehen. Das war's mit der Barrikade. Das war's mit dem Unboxing deinerseits. Du bist zufrieden. Ich hoffe, auch ihr werdet zufrieden sein. Es zahlt sich auf alle Fälle aus. Jetzt nochmal schnell reinschauen. Wenn es so weiter geht, Freunde, ab morgen alles gesperrt. Am 24. um Punkt 18 Uhr kommt das Promo-Video, das du auch schon gesehen hast. Ja. Das wird arg. Ich bin immer die Erste. Das stimmt, das stimmt. Ich habe da richtig viel Geld in die Hand genommen, damit hier ein Promo-Video in Südafrika gedreht wird. Von Videografen. Ich darf nicht zu viel verraten. Freunde, 18 Uhr, Sonntag, 24. Schnell sein. Keine Ahnung, wann das ausverkauft sein wird. Die erste Kollektion war nach 12 Minuten weg. Hier ist jetzt schon fast die Hälfte weg. Bemüht euch schnell zu sein, schnell dran zu sein, damit ihr zum Schluss nicht ins Leere schaut. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, liebe Freunde. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein Video. Die Oma kennt sich schon aus. Lasst auf alle Fälle einen Daumen da, wenn es euch gut gefallen hat. Lasst einen Daumen da, wenn ihr gespannt seid auf die dritte Kollektion. Und wenn ihr natürlich die berühmteste Oma Österreichs seiert. Ja, ich bin so froh, dass ich euch wieder mal sehe und ihr seht mich. Tschüss. Das war's von mir, euer Maximilian und euer Linkseer.